Hallo und willkommen wieder beim Thema Datenbanken. Ich gönne mir in der Bäckerei erstmal was. Und das heute nicht ganz zufällig. In so einer Bäckerei gibt es nämlich viele Daten zu speichern und das soll in Zukunft in einer Datenbank erfolgen. Genau genommen in einer relationalen Datenbank. Das heißt einer Datenbank, die ein relationales Datenmodell verwendet. Aber was ist ein relationales Datenmodell? Genau darum geht es im heutigen Video. Wenn wir uns den Lebenszyklus einer Datenbank ansehen, befinden wir uns nach der Domänenanalyse und dem konzeptuellen Entwurf in der Phase des logischen Datenbankentwurfs. Die ersten beiden Phasen sind unabhängig von einem bestimmten Datenbankmanagementsystem. Beim logischen Datenbankentwurf spielt die geplante Datenbank jedoch eine Rolle. Dabei überführen wir nun ein vorliegendes semantisches Datenmodell in ein logisches Datenmodell und verwenden dabei die Regeln des geplanten Datenbankmanagementsystems. Doch worauf wird dabei überführt? Das relationale Datenmodell, auch relationalen Modell genannt, verwendet man genau dann als logisches Datenmodell, wenn ein relationales Datenbankmanagementsystem eingesetzt werden soll. Dabei ist es aber vorerst noch egal, welches Produkt das konkret sein wird. Aber was ist eigentlich ein Relationenmodell und wie ist eine Relation aufgebaut? Das Relationenmodell geht auf EF-Code um 1970 zurück und ist die Grundlage für die meisten heute verwendeten Datenbanken. Beim Relationenmodell werden sogenannte Entitäten und zwischen ihnen bestehende Beziehungen Daten in Form von mathematischen Relationen aufgeschrieben. Diese Relationen geben so den logischen Aufbau der späteren Datenbanktabellen an. Eine Relation entspricht dabei normalerweise genau einer späteren Tabelle. Sehen wir uns den Aufbau einer Relation einmal an einem Beispiel aus der Bäckerei-Domäne an. In der Bäckerei gibt es registrierte KundInnen. Daten zu ihnen sollen in der Datenbank abgespeichert werden. Hier sehen wir einen Ausschnitt dieser Daten. Das Ganze nennen wir Relation oder auch Tabelle. Eine Relation hat auch einen Namen. Dieser wird in der Einzahl geschrieben und beschreibt die darin gespeicherten Daten. Bei uns speichern wir Daten über Kunden. Also ist der Relationen- bzw. Tabellenname Kunde. Eine Zeile der Relation heißt Tuple. Dieses Tuple hier enthält beispielsweise Daten über den Kunden Paul Steiner. Und jedes Tuple wird durch die Werte verschiedener Attribute beschrieben. Das sind die Spaltennamen. Die Attribute in unserem KundInnenbeispiel sind die Kunden-ID, der Vorname, der Nachname, das Geburtsdatum, die Straße, die Postleitzahl, der Ort, die E-Mail, die Telefonnummer und der Newsletter. Zudem wird jedem Attribut ein erlaubter Wertebereich zugeordnet, der die zulässigen Werte des Attributs definiert, also was darin stehen darf. Zum Beispiel sind hier die Wertebereiche der Attribute Vorname, Nachname und Ort alle Klein- und Großbuchstaben des Alphabets. Beim Attribut E-Mail sind das auch alle Buchstaben und zusätzlich noch Zahlen und gewisse Sonderzeichen wie unter anderem Unterstriche, Punkte und das Add-Zeichen. Die Kunden-ID und die Postleitzahl dürfen nur ganze Zahlen enthalten. Und nehmen wir noch das Attribut Newsletter her. Dieses kann nur entweder den Wert True oder den Wert False annehmen. Je nachdem, ob der Newsletter abonniert wurde, dann ist der Wert True oder eben nicht, dann ist der Wert False eingetragen. Die Daten in der Relation bzw. später in der Datenbank müssen diesen Wertfestlegungen genügen. Wenn wir also Inhalte in die Relation einfügen, dürfen wir nur Werte verwenden, die für den Wertebereich definiert sind. Oft will man nur die Menge der Attribute einer Relation hinschreiben. Dazu verwendet man den Begriff Relationenschema. Ein Relationenschema ist also die Struktur einer Tabelle mit all ihren Attributen ohne Tupel. Hinschreiben kann man ein Relationenschema so. Manchmal findet man es auch mit den Wertebereichen der Attribute in dieser Form. Neben KundInnen gibt es in der Bäckerei natürlich noch Daten über weitere Entitäten, die in der Datenbank gespeichert werden sollen. So könnten beispielsweise einige Relationenschema da aussehen für die Kundenkarten, für Verkäufe, für Produkte und für Zutaten. Wir sehen, der Aufbau ist immer gleich. Vorne steht immer ein Relationenname, wie hier Kundenkarte, Verkauf, Produkt und Zutat, gefolgt von ihren Attributen in runden Klammern. Spezielle Attribute wie Primärschlüssel oder Fremdschlüssel werden unterstrichen bzw. kursiv geschrieben. Zum Thema Schlüssel habe ich jedoch ein eigenes Video gemacht. Schaut vielleicht dazu dort hinein. Wir wissen nun also, wie wir Relationenschema da notieren. Nun aber wieder zu den Relationen, also den Tabellen. Wie wir gesehen haben, sind Relationen Mengen von Tupeln, also von Zeilen, wobei die einzelnen Tupel allein durch ihre Werte unterschieden werden. Jedes Tupel in einer Relation muss eindeutig sein. Das heißt, es darf keine zwei Tupel geben, die genau die gleichen Werte haben. Im Zusammenhang mit dem Relationenmodell findet man auch die Begriffe Kardinalität und Grad. Sehen wir uns an, was diese bedeuten. Die Kardinalität gibt die Anzahl der Tupel in einer Relation an. Unsere Relationkunde, hier einmal in Tabellenform und einmal als Relationenschema, hat im Moment die Kardinalität 4. Die Kardinalität ändert sich mit jedem hinzugefügten oder gelöschten Tupel. Der Grad ist die Anzahl der Attribute einer Relation. In unserem Beispiel hat die Relationkunde also den Grad 10. Es kann übrigens auch Relationen mit nur einem Attribut, also mit Grad 1 geben. Jedoch kommt das selten vor. Manchmal kann es vorkommen, dass es bestimmte Daten gar nicht gibt oder wir diese nicht kennen. Dann sind die Daten in der Relation einfach unvollständig. Wie sieht das aus? Betrachten wir dafür in der Relation Kunde das Attribut E-Mail. Bei den KundInnen, die ihre E-Mail-Adresse bekannt gegeben haben, wird diese auch gespeichert. Doch was ist mit den E-Mail-Adressen von Pamela Weiss und Paul Steiner? Pamela Weiss ist eine sehr gute Stammkundin und ich weiß, dass sie gar keine E-Mail-Adresse hat. Auch Paul Steiner habe ich bereits hier getroffen und in einem Gespräch hat er mir erzählt, dass er seine E-Mail-Adresse nicht bekannt geben möchte. Bei solchen fehlenden Werten steht in der Relation immer der Wert Null. Wie wir sehen, gibt es mehrere Gründe, warum Informationen in der Datenbank unvollständig sein können. Warum benötigen wir diesen speziellen Nullwert und können das Feld nicht einfach leer lassen oder eine Null- oder eine leere Zeichenkette einfügen? Das können wir deshalb nicht machen, weil es möglicherweise gar keinen Wert im Wertebereich gibt, den wir nicht verwenden. Was passiert, wenn dieser nicht verwendete Wert plötzlich doch eine Bedeutung bekommt und verwendet wird? Außerdem kann es bei der Anwendung von Funktionen zu Problemen kommen, zum Beispiel bei der Berechnung des Durchschnittspreises, wenn wir als Platzhalter eine Null verwenden. Null steht daher in jedem Wertebereich zur Verfügung und bedeutet einfach kein Wert vorhanden. Somit verwenden wir bei fehlenden Werten immer Null. Wir haben nun den Aufbau von Relationen im Relationenmodell kennengelernt und wissen nun auch, dass alle Informationen in einer relationalen Datenbank einheitlich durch Werte dargestellt werden, die mithilfe von Relationen strukturiert sind. Die wesentlichen Vorteile für die Verwendung des Relationenmodells als logisches Datenmodell liegen übrigens in der Einfachheit und der Systematik. Und das Relationenmodell ist auf einer fundierten mathematischen Grundlage der Relationenallgrüber aufgebaut, welche auch Operationen definiert, um auf die Daten in den Relationen zugreifen zu können. Doch das ist wieder eine eigene Geschichte und einen eigenen Kaffee wert. Jetzt mache ich noch eine Spaziergang durch den Park. Vielleicht sehen wir uns dann im Video wieder, in dem es dann um die optimale Überleitung eines vorliegenden semantischen Datenmodells in qualitativ guter Relationen-Schema geht. Bis hoffentlich bald!